alle über sie kommt ab und an Frank Gio wieder mal rote 25 hundert nach der letzten der Marsch solche Leute sollte man eigentlich bei die Fresse schlagen er hat er gebetet auch was nehmen wir jetzt Art Gallery of Deathwish ne Shooter German auf sehr schwer Alter willst du mich verarschen ne du nicht auf sehr schwer das kann man gleich Overkill spielen dünn 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 selber Lore was können wir denn daneben Guck auf, ach Leute, Bank heißt Cash, auf Overkill, laut. Da kann man mal rein, join. Gut, zack, bam. Jetzt spielen wir Alte-Meter. Alte-Meter beinhaltet aber noch das hier. Hotline-Mary DLC. Ach komm, passt so. So, Alte-Meter. Lokomotive, na gut, um aufwenden wir jetzt hier 10. Weil ich hab ja noch nicht alle Mods dafür. Yeah, wow. Wir haben 2 Level 0, Leute. Auf laut. Boots. Boots. Genau, bleib. Bleib einfach unten. Hot pursuit. Oh, nice. Oh Gott, nee. Da hat jetzt nicht Carbon. Blöd, gays oder wie. Da hat jetzt... Oh Gott, Junge. Gesterben. Bist du eigentlich komplett behindert? Das ist eine Verschwendung von 8 Skillpunkten. Warum soll ich bitte sehr... Ein Blatt mehr mitnehmen können. Und dann willst du nämlich... Das geht doch lieber... Ruff, damit ich... Noch die oberen 4... Also das oberen... Den oberen Skill, damit ich das Ding als Sekundärwaffe mitnehmen kann. Damit hab ich dann eine Langstreckenwaffe im schlimmsten Fall. Hier haben sie noch mal einen Tausender vergessen. Dann gehen wir mal rauf. Mal gucken, ob oben wieder Pakete rumliegen. Unten ist mal wieder ein Laborer im Arsch. Da liegt ein Paket. Haben wir hier ein... Paket. Warum pickst du das Lock? Warum interessiert es keinen, dass der Drill nicht an ist? Und warum muss ich das schon wieder machen? Kann ich nicht einfach mal in den Lobby kommen, wo Leute denken können? Ja, jetzt machst du. Schön. Danke. Idioten. Ja, zu zweit kann man es bestimmt auch machen. Äh. Gut. Verpiss dich. Ey. Okay, der Drill ist wohl da. Da vorne ist er, ja. Jetzt sag mal, wie ist ein Bot. Der kann mehr. Oh, die Musik ist aber irgendwie hier ein bisschen... DJ Rabbit. Ja, ich glaube, jetzt sollte es angenehm sein. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. und der bohrer ist wieder da und aber wenigstens ist gleich mal einer da der repariert botz botz ich sehe nichts das ist immer schlecht wenn man nichts sieht man stört mich gerade ein bisschen warum gehen meine frames gerade runter die blöde ohne witz du rennst mit der säge in der hand rum wo wir noch nicht mal überhaupt in der wort sind solche leute sind ja immer genial na gut der hat den dozer da kann ich wieder was weifen bleibt nicht im turd stehen botz botz mal ein bisschen hier schießen mal mit einer anderen waffe da nimmt das mal money Oh Mann, ey, also heute kann ich irgendwie nichts ziehen. Immer so ein zweinzigstel Millimeter am Kopf vorbei. In dem Fall nehme ich die Pumpgun. Ich habe mich selbst, in der Zeit. Ich habe mich auf die Dinge gemacht. Ich habe mich auf die Arbeit gemacht. Okay, bringe ich den Van. Es ist gerade auf die Straße. Geh auf. Wir haben eine Schleuchte-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich. Keine Worte über die Schleuchte-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich. Ich habe gute Sachen in da. Oh shit. Okay, we can leave now. I'll try and take it on if you can. Hostage rescue units are going in. Come, Ahh. Hey guys. Hey guys- Komm, schieß auf mich Gut Na dann vertätige ich mal Ach Ben, das ist nicht mal so schwer Weil es eben hier schön beisammen sind Kann man gut mal eine Shotgun benutzen, ey Los im Smoke will man nie kämpfen Weiß nicht, was mit der Diesel Engine los ist Aber irgendwie mag die Mag die Rauch nicht anscheinend Rastung, 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 rastung Rastung, rastung, hallo Danke Jetzt lauf, Junge, lauf Und du stehst auf Oh, ziel doch mal, Junge Na seht ihr, ist doch nicht so schwer, Mädels Money Money, 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 money Aber bam, bam, bam Bam, da oben lag noch was Da oben liegt noch was Du hast jetzt nicht... Oh Gott, der Idiot hat eine Silent Saw Ist das dein Ernst? Aus dem Weg Bitches Nein Nein Komm, rastung, solange der Turret noch nachladen muss Oder aufeinander schießt Ist das jetzt euer fucking Ernst? Ich werde natürlich als letztes nochmal geklokert Ja Ja, das tun sie E Z Du bist 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 du Ach ja, die Musik ist schon geil. To the safe house. Das könnte jetzt etwas länger dauern. Ja, die Musik ist schon geil. Ah ja, 32. Und ich krieg ein Material. Und der Idiot kriegt ein Safe. Der ist als letztes reingedroint. Die beiden. Obwohl ich ja die Lobby zusammengehalten habe und alles gemacht habe, dass sie es schaffen. Oh Mann. Na ja. Ich sag tschau. Bis zur nächsten Folge. Aber bevor wir das machen... Bam. Ich habe keine Skillpunkte gekriegt. Nöp. Wäre ja auch zu schön. Oh Gott. Für noch 130 Mille. Das sind 13 Oxenbreakouts. Na gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, ciao. Bis zur nächsten Folge. Euer Don Franke. Schaut auch gerne mal hier Dings rein. Hier gelegentlich mal die anderen Videos oder mal in meinem Livestream. Dann auf Twitch. Don Franke1300. Das ist noch quasi mein alter Nickname. Wer noch ganz weit nach hinten in meinen Videos geht, wird auch noch die anderen Moderation dafür finden. Nämlich. Hallo YouTube. Herzlich willkommen bei eurem Don Franke1300. Und hier wieder mit Minecraft. Mach ich nie wieder Minecraft. Ich habe nicht mal mehr Java auf meinem PC installiert. Na gut, aber das ist eine andere Geschichte. Wer, wem das interessiert, die Anfänge von Don Franke, kann ja mal gerne nach da hinten gehen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.